Puh, da müssen wir erstmal noch ein Stückchen Bier trinken, oder? Ja, hui. Prost, Tiesa, Prost. So, so, ja, hier Dings haben wir noch nicht so viele diesmal, ne? Dings? Schraubenmutter. Blöde Typ da, du. Schraubenmutter 9000, das ist natürlich nix, gell? Ne, wir hatten ja irgendwie 20 oder so, oder? Naja, das ist ja noch nicht viel, gell? Ach, herrje, wo kannst du denn gern? So, gut gemacht. Ha! Na, schieß. Ach komm, wieso kann ich jetzt nicht zurückschießen? So, jetzt gibt's hier keine Gnade. Ich streck sie nieder. Okay. Oh, da ist ja noch einer. Kommt von hinten. Kommt von hinten. Aber ich mach die Jungs hier glatt. So, ich hab die Fässer gesprengt, ey. Fünffach beschraubenmuttern. Ja, warst du das, oder war ich das? Ich hab's nicht mitgegeben. Ich glaub, es war der dicke Bums von dem Typ. Ach so, okay. Ja, und jetzt geht alles weg. Ja. Verdammt. 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 Oh nein. Bist du? Unter den Kolben gesprungen. Hilfe. Ich versuch's, Käse. Ich versuch's. Hilfe. Ich versuch's. Ich versuch's. Ich versuch alles. Ja. Danke für's. Ja, bitte. Ey, weißt du, wie schwierig das war? Ja, ja, mega, ja. Das war total große Leistung. Ja. Jetzt von hinten ist das. Depp. Oh, Depp. Ha. So. Zweimal Schraubenmutter. Okay. Gut. Das hat mich Bier gekostet. Ja. Ich nutze mir auch gerade eins. So, Checkpoint. Na, da kann uns ja nichts mehr passieren. Oh, ja, komm ich wieder. Ey, die Jungs sind echt mies. Ja, die hüpfen als so die vertragen ordentlich. So, und tschüss. Und noch eins. Okay. Oh, da ist schon wieder so eine. Ja, du. Na, da kann nichts. Keine Chance. Der kann nichts. Keine Chance. Herzlich truff. So, da wird wieder gegossen. Also, Gossam City oder so. Okay. Weil da gegossen wird? Ja. Au, der hat mir ins Knie geschossen. Der hat dich ins Knie geschossen. Naja, das kommt halt mal vor, wenn man nicht aufpasst. Ajo. Himmel. Herrgott. Normal. Sakra. Ich bin jetzt hier da. So. Fett. Schön. Das Gebot. Und ich auch noch. Komm ja. Ja. So, jetzt aber. Okay. Oh je. Geht schon weiter. Ja, kommt doch. So. Oh. Oh. Das ist komisch. Weil ein explodierender Roboter ist, der ganz schön in der Lava aufgestellt wird. So. Oh. Pass auf. Ich muss gleich kommen. Oh Gott. Mich hat's in die Lava gelabert. Oh Gott. Oh nein. Du hast dich reingelernt. Oh, Hilfe. 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 Mit etwas falschen Timing. Okay, wo bist du? Hier liegen. Achso, da sitzt du. Okay, okay, okay. Komm mal, ich komm mal. Hier bin ich. Komm hoch. So, ich komm mal. So, weiter geht's. Gut. Oh, das war, das war das Kant. Ach. So, 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 so. Drauf, 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 drauf. Oh je, das ist ein Dicke. Dicke? Ja, ja, und die ist wieder so mieser. Oh nein, voll in die Rakete geführt. Oh je, und in die auch noch. Ja, hallo, könnte man mir mal wieder hier den Patrioten geben, ne? Damit ich hier die Jungs mal ein wenig dezimieren kann. Oh ja, da gibt's hier dick, dick damage. Boah, boah, boah. Und jetzt den Dicke noch mal. Ja, ordentlich. Oh je, oh je, oh je. Oh, da hab ich ihn, da hab ich ihn. Voll im Visier. Oh, ah, Mist. Ah, shit. Oh, ich bin etwas angeschlagen. Ja, ich bin auch etwas angeschlagen. Achso, du bist schon wieder leer gebiert. Ich bin der gebiert. Vollkommen leer gebiert. Ja, wir müssen hinter den. Also einer muss hinter den, oder? Ja, ich weiß. Und dann müsste einer rufhalten. Also ich sollst du hinter ihn gehen, weil ich mehr Damage mache. Ja, ja. Und diese blöden Fast-Heinis nicht wären. Ja, ich weiß. So, komm, schieß jetzt. Ach, Gott, Idiotchen. So, hier. So, jetzt bin ich fertig. Glück, Mann. Bin ich fertig. Oh, jetzt hier. Was wir sehen. Halt gemacht. Okay. Okay. So, da geht's schon weiter. Ja, ja, aber die haben keine Chance. Die haben keine Chance. Nee. Die sterben, wie die fliegen. Ja, echt mal. Wo sterben die überhaupt? Ein Roboter lebt ja eigentlich nicht, oder? Tja, das ist... Was ist die Definition von Leben? Rumpfliegen und Raketenschießen? Ich glaube nicht. Ja, Reproduktion und so. Jawohl, wenn das das Kriterium, das Ausschlusskriterium wäre, dann siehst du das ja, dass wir im Zweifelsfall auch nicht leben. Was? Wieso? Weil wir ja dasselbe machen. Wir fliegen zwar nicht, aber wir schießen Raketen. Ich kann dir grad nicht ganz folgen. Naja, wie dem auch immer sein mag. Ja, das macht überhaupt nichts, sozusagen. Nee. So, jetzt. Ja, ich bin so hart, ich kann. Ich treffe die Raketen nicht. Warum nicht? Verdammt. Ich bin so hart und schmutzig wie ich bin. Oh je, ich bin kaputt. Oh Gott. Naja, dann helfe ich dir mal lieber. Hilf mir, hilf mir. Schnell, schnell, schnell. Oh je, da kommt man jetzt nicht mehr. Oh nein. Weg. Alle weg. Und hier ist natürlich die Geschwindigkeit. Ja, ja, natürlich. So, jetzt hier, Gießer. Wie war das nochmal mit der Gießerei? Was war denn da am Schluss? Da war dieses dreiteilige Dings und so mit Plattformen und so, gell? Ja, ja. Glaube ich. Hi, da weg. Da ist Lumpatsch da. Fort. So, abgeschossen, abgeschossen, abgeschossen. Ah, ihr blöde Mistbücher. Sonder gibt's hier. Sonder. Boahle Lotte. Aber jetzt haben wir da ordentlich Schrauben, gell? Oh je. 17.000. Ja, es geht. Ah ja, das ist halt ja ganz befundig. Ja, der kann zum Plan wird aber auch immer teurer, ne? Ähm. Naja, klar. So ist das halt im Leben. Ja. Im Leben eines... Gibt nichts für umsonst. Eines Superheldin. Eines Roboter-Gegner-Superheldins, ja. Boah, was bist denn du hier? Ach so, auch wieder so eine... Ach. Ja. Gell gar nichts. Ich mach mich schon mal um den hier berühren. Ja, ja. Sind wir er sich? Oh ja, genau. Genau. Genau so nicht. Oh, alter, der steht dabei ganz schön was weg. Ja, sag. Okay, jetzt den Heiner das eben auch noch. Ja, wenn man die eigenen mit den eigenen Waffen schlägt, dann geht es ja schneller. Schneller. Ja. Wenn man es denn macht, ja. Ach, das blöd, Mann. So. Jetzt hat. Jetzt hat. Okay, Checkpoint. Und ich glaube, jetzt kommt der Boss. Meinst du? Oh ja, da warnt es schon vor der Boss. Achtung. Hier wird nochmal gestampft. Ja, ja. Ich bin mal im Fass. Das ist richtig. Ich slitte hier durch. Ja, ja. Ich weiß. Du bist cool. Ich bin cool. Yeah. Weil ich hab ja hier die coole Bikinihose. Ja. Ernsthaft. Ja? So, hier kommt der Boss. Hab ich es nicht gesagt. Okay. Da sterbe ich dann wahrscheinlich bald. Okay. Meine Spaltsäge hat noch 100 Schuss. Äh, ich hab noch 24. Oh, was ist denn das? Das ist irgendwie neu. Plattform. Kann man was machen? Ja. Dreh drücken. Oh, hallo, hallo, Hallchen. Immer schön drauf. Der sieht irgendwie so gut aus. Äh. Hä? Äh. Äh. Ja, cool. Sieg, ja. Äh. Wie haben wir denn das geschafft? Weiß ich nicht. Was denn? 75 zu 104. Ich glaube, mein Spiel ist gerade abgestürzt, Käse. Ach, Timce. Ich glaube, der Rechner ist wirklich zu heiß da. Ja, dem wird es ein bisschen warm im Sommer. Dem ist wirklich zu heiß. Ist der noch offen denn? Nein. Nein, aber der braucht auch Durchzug. Gut. Das war's dann wohl mit Shootman New Awards für heute. Ja. Also dann bis bald mal wieder, ne? Ja, wir haben es auf jeden Fall geparkt. Gewonnen. Und jetzt sind unsere ganzen geilen Gegenstände weg. Scheiße. Ja. Pech gehabt, ja. Gut. Also, tschö. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.